Wir leben auf sehr großem Fuß. Dass auch der ökologische Fußabdruck in Österreich zu groß ist, zeigt das frühe Datum des heurigen Earth Overshoot Days. Das ist der Tag, an dem wir alles aufgebraucht haben, was uns in einem Jahr zusteht. Dieser fällt heuer in Österreich auf den 7. April. Für unseren österreichischen Lebensstil verbrauchen wir zurzeit 3,5 Erden. Darauf aufmerksam machten in Kufstein Vertreter von Fridays for Future am Mittwoch am oberen Stadtplatz. Also hallo, ich bin die Leila Krichbaum. Wir sind heute hier am oberen Stadtplatz, weil wir auf den österreichischen Überflustag, also Welterschöpfungstag aufmerksam machen wollen. Wir haben heute mit 7. April alle unsere Ressourcen in Österreich aufgebraucht. Wir brauchen einen anderen Weg, weil wir haben nur eine Erde und verbrauchen derzeit 3,5 Erden. Und so können wir nicht weitermachen. Darum sind wir heute hier, um uns das bewusst zu machen. Mit einer künstlerischen Visualisierung, die 3,5 Erden zeigt, Infoplakaten und Austauschstühlen für Dialog, wollten sie die Kufsteiner Bevölkerung auf das Thema sensibilisieren. Für die Fridays for Future Aktivisten ging es um Austausch und Dialog. Mit konstruktiven Tipps und Ideen Brainstorming will man gemeinsam Wege finden, um die Klimakrise zu bewältigen und den Ressourcenverbrauch anzupassen. Mehr dazu erfährst du in deinen Bezirksblättern oder auf www.meinbezirk.at